Ja, ich habe vor vielen Jahren, vor über 40 Jahren, als ich ungefähr 26 Jahre alt war, gemerkt, dass ich Rückenschmerzen bekomme, wenn ich nichts für meinen Rücken tue. Und diese Art von Rückenschmerzen hatten einfach damit zu tun, dass die Rückenwirbel und die Scheiben dazwischen sich gegen den Nerv bewegen, dass sie also untereinander zu beweglich sind. Und merkte, ich muss was tun. Und mein Vater hat mir schon geraten, eine ganz einfache Übung zu machen, die ihm seine Physiotherapeutin gegeben hat vor vielen Jahren und er sein Leben ohne Schmerzen zugebracht hat. Und ich habe es auch gemacht seitdem, jetzt vor über 40 Jahren. Und ich habe mein Leben immer, was den Rücken anbelangt und auch sonst, Gott sei Dank, ohne Schmerzen bis jetzt zugebracht. Und ich habe diese Übung an viele andere Menschen weitergegeben, die schweres tragen oder auch nur an einem Büro sitzen. Und im Grunde hat sie allen geholfen, die eine normale Wirbelsäule haben. Wenn die Wirbelsäule verkrümpft ist, dann ist das eine kompliziertere Sache. Da kann ich dann nichts dazu sagen. Aber wenn du eine normale Wirbelsäule hast, dann wird dir diese Rückenübung ganz klar helfen. Du hast eine Woche Zeit, sie auszuprobieren für den Preis, den du bezahlen musst. Du kannst das Geld zurückbekommen der Zeit. Und ich hoffe, es hilft dir. Mir hat es geholfen. Und ich hoffe, dass sich diese Übung herumspricht, die heutzutage von Physiotherapeuten nicht weitergegeben wird. Wahrscheinlich, weil sie zu wirksam ist. Also, viel Glück!